SpawnBag 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 Die falsche Knarre eingepackter Die sind schon da Die haben nicht weit Sie haben nicht weit Was sind wir? Sind wir Angreifer? Oder was sind wir denn? Ich bin jetzt der Tiger. Ich muss B90 reinpacken, warte mal. Was ist denn? Da. So! Ich habe gerade abgedrückt. Wie geil. Danke für meine Erkennungsmarke, old school. So, pass auf, jetzt muss ich mal umbauen. Da habe ich das komplett falsche Setting. Da habe ich das 8-fach drauf. Bist du richtig? Oder du nimmst ein 7-fach oder hast du denn kein Scope-Problem? Nein, ich will ja nicht einmal da die Dings, ich will ja eine andere Knarre haben. So, jetzt pass auf, jetzt geht es dahin. Jetzt habe ich ein gutes Setting. Hoffe ich halt. Habt ihr schon mal ein Erwin miterlebt bei mir? Ist klar. Überhaupt, auf einer Map. Weil die in Quicklamp sagt, es gibt einen Fall der Erkennung. Wir haben sich, glaube ich, beide wiederbelebt. Also, Max hat auch alle Fälle den Merk wiederbelebt. Die habe ich noch nie miterlebt. Ich glaube, ich fliege jetzt. Ach, doch nicht. Sind über dir. Oben rechts sind sie. Da sind sie oder was? Erkennung. Habt ihr schon einen miterlebt in diesem Spiel, meine ich. Angefragt haben wir ja. Oh, das ist über dir, Max. Haben wir. Jetzt habe ich, ja. Ich habe genau in die Richtung, als du gesagt hast, über mir, wollte ich mich rechts drehen. Über mir. Und der kommt natürlich von links, Max, ja. Bin down. Wer wieder da. Ich nehme ein anderes Perk da mit. Ja, oder? Da kommt's. Oh, wir haben noch einen Mitspieler. Okay. Boah. Ah, das Bombe ist weg. Ah. Gehen zur Bombe. Scheiße. Nein. Oder sind wir Angreifer? Ne, wir sind Angreifer, oder? Nö, sind wir Angreifer? Ach so, dann hätte ich schon lange die Bombe legen können. Ja. Oder Selbstmord machen. Hau ab! Scheiße, dort. Minus. Ah wirklich, weil wir sind Angreifer, doch schon her. Hahaha. Nicht gut. Sind wir froh, dass wir es auch mal checken. Ja. Ja. Sonst stehst du manchmal als Verteidiger davor, weißt du? Ja. Max. Klar. Sicherlich mit der scheiße Armbrust. Ah, das ist hoch. Ja. Gott. Ah. Kannst du das Teamfest richtig aufteilen? Also, das 0 an den Fußkrieg ja in einem... Na, aber lass mal erst die Runde zu Ende spielen, dass wir jetzt müssen. Stürb halt. Ah, geht doch. Wiederbelebt. Linke Flanke. Oh, die Granate gezogen. Wo, wo, wo. Schön, wo. Ja, meine auch. Oh, schade. Ach so, wir müssen ja weiter vorrücken, Mensch. Wir sind Angreifer. Ich verhörst das schon wieder. Oh, dahinter ist einer. Midi-Pack. Ja. Ja. Ach so, warte mal. Der ist direkt neben mir. Wo bist du denn? Oh, Feinkontakt! Ja, gegen Alka hast du keine Chance, teilweise. Ja, Mann. Hat der noch Platz auf dem Server? Natürlich. Ja, der geht noch nicht. Pass auf, Viktor. Ich weiß nicht, wo er ist. Ah, der ist Sperrgebiet. Verdammt. Äh, zwei von zwei. Ja, warte mal. Der hat null Punkte. Den kann ich gleich da rausschmachen. Warum bist du da? Zwei von zwei? Ja. Ach, du Heiliger. Ja. Nein. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Gerade Feuer. Weg gleich, komm her zur Verschärbung. Komm her. Komm her. Max, leg die Bombe, leg die Bombe. Ich hab da gerade den Haufen gezogen. Wo ist sie denn? Ach, da. Ach, scheiße. Warte, die Dings geht schon. Da andere geht. Die beim Deckgang. Ja. Nein. Ach, Max ist noch gezogen, ey. Ich hab's. Ja, ich die aber auch. Auch wenn mein Aiming immer zieht. Das ist echt zum Heulen. Hallo. Ach, Max. Hallo. Servus. Einer zur Bombe, einer zur Bombe. Hab ihn. Ich hab keine Munition mehr. Ja. Wie Volker, hol mich mal rein. Wo bist du denn? Ja. Schaut auf, was auf geht nicht. Das ist voll. Beschuss. Ab ihn. Ich treffe nix. Granate. Scheiße. Der Bogen ist es nicht mehr. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Wiederbelebung. Wiederbelebung bekommen. Wupp, bopp, 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 bopp. Oh, eine Armbrusttreffer. Yeah. Oh mein Gott. Der hat mich wirklich... Oh, eine Tasche voll tot. Was denn das für ein Erfolg? Du hast je einen Kill mit Armbrust früher. Ah ja. Du kriegst doch eine Erkennungsmarke, wenn du 5 Kills mit der Armbrust hast. Nein, ich hab einen Erfolg bekommen. Du hast je einen Kill mit Armbrust, Primärwaffe und Handgranate erzielt, ohne selbst zu sterben. Da ist er her. Ach so. Okay. Ja. Ich will die C4 Armbrust haben. Was? Nein, den hast du jetzt schon gemacht? Hab ich jetzt gerade bekommen, ja. Hast du schon... Oh, willst du mich veralbern? Ich will den auch, ja. Hast du schon für die Armbrust andere Pfeile? Das ist so ein kleiner Lacker. No.